Hallo, willkommen im Wolkenland. Also, das ist mein Video über das Glück der Lebensbärchis. Ups. Hallo und willkommen im Wolkenland. Das ist mein Video, ein Tag im Leben eines Glücksbärchis. Und das allererste Glücksbärchi bin ich. Ich bin Wunderherz. Und mehr als alles andere auf der Welt will ich herausfinden, wozu mein Bauchzeichen gut ist. Und bis dahin habe ich viel zu berichten. Ich singe gern, tanze gern, verkleide mich gern. Ich lese sehr gern in meinen Sternenfreundebüchern. Und ich liebe Bärchi-Umarmungen. Ich wünschte, ich konnte euch auch jetzt eine Umarmung geben. Aber ihr seid ja da und ich, ich bin hier. Oh, Kuschelhasi. Ihr müsst meinen Kuschelhasi kennenlernen. Er ist mein bester Freund der ganzen Welt. Das ist Kuschelhasi. Er heißt euch auch im Wolkenland willkommen. Willkommen im Wolkenland. Und, Schnitt. Na dann, Onkel, Schmusebärchi. Mein Name ist, ähm, Schm... 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 Nun mach schon, Onkel Schmusebärchi. Du musst dich entspannen. Bist du jetzt bereit? Ach, ich habe mich zu einem friedlichen Ort meditiert. Ohm... Tja, ähm, hallo ihr. Ich bin Schmusebärchi. Ich wache übers Wolkenland. Ich sorge dafür, dass hier alles läuft und kümmere mich um die Besucherkinder. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass gerade jetzt wieder ein Kind zu Besuch kommt. Ach, wie war das? Perfekt. Oh, hallo, äh, ich bin Harmonie. Und ich mache für alle Glücksbärchis im Wolkenland Musik. Braucht ihr einen Akkord? Kommt sofort. Eine Tonleiter kommt zu mir, 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 mir. Braucht ihr was fürs Herz, ein Liedchen, ein Jingle? Kommt zu... Hi, mir!